Was wurde eigentlich aus dem Projekt Wir zocken Space Engineers? Die letzte Folge kam am 13. Januar 2015. Mittlerweile haben wir August 2015. Pausiert wurde das Projekt, weil es anfangs Personalengpisse gab. Diese wurden auch schnell behoben, allerdings hatten sich danach beim Server etliche Probleme eingeschlichen. Und nach sehr langer Sucherei und nach wichtigen Kommentaren und Hinweisen von euch geht Space Engineers endlich weiter. Mit zwei neuen Mitgliedern. Noch mehr Spaß. Und noch mehr Action. Geht wir zocken Space Engineers nach der scheinbar unendlichen Pause weiter. Wann genau? Der voraussichtliche Termin wird der 8. August sein, wobei dieser noch nicht statisch ist, da einer unserer Kollegen einen zu schwachen Rechner hat und seinen erst in ca. zwei Wochen bekommt. Alle Angaben ohne Gewehr. Fakt jedoch ist, dass das Projekt Wir zocken Space Engineers definitiv weitergehen wird. Also freut euch darauf, dass es demnächst soweit sein wird. Wenn es dann wieder heißt... Und nächstes Mal bei Space Engineers. Einen Untertitelung des ZDF, 2020